Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir das erste Mal Phasmophobia. Ich weiß, das Spiel ist schon ein bisschen älter und irgendwer hat schon jeder gespielt, wo es im Hype war. Jetzt ist es gar nicht mehr im Hype, aber es ist auf Konsole das erste Mal. Ich habe das gespielt, war nur die Demo-Version. Die kann man glaube ich 60 Stunden lang spielen. Ich weiß nicht, ob es auf Playstation auch so ist. Auf jeden Fall haben wir das gespielt mit Juli und mit Luki. War ziemlich lustig. Ich will gerade nicht viel spoilern und sowas, wenn es euch gefällt oder wenn ich öfter so einzelne Videos von manchen Spielen machen soll und nicht immer nur alles ins FaceTof und so reinklatschen soll, dann lasst mir gerne eine Bewertung da. Checkt Twitch, Insto, TikTok auch alle in der Videobeschreibung und geht's an euch. So dieses EMS-Gerät. Ein Kreuz auch wichtig. Da kenne ich mich aus. Räucherstäbchen, wenn es gibt. Kenne ich mir auch aus. UV-Licht. Unscherbrett. Eine Kamera, weil ab und zu sieht man nur durch Kameras die Geister. Das war sie auch. Und so ein UV-Licht. Dann dürftest du aber nicht in meine Hose schalten, weil sonst sieht man vielleicht ein bisschen, halt, ein paar Spuren. Na, aber sowas der. Kennen wir auch aus. Oder bei den Geistern. FaceCamps umflogen. Sicher. Böcke, weil wir auch überall Content machen. Und ein Knie-Licht, damit uns wer erkennt. Ah ja, okay, nehmen wir es ja auch mit, falls wir es nicht bocken. So ein bisschen Spaß auch noch haben. Ypsilon, der linke Knopf. Und du musst R1 drücken, um mit uns zu reden, damit fungst du uns. Roger, roger. Hopps, er ist im Wohnzimmer, er ist im Wohnzimmer. Ja, Alter, wie schnell seid ihr, Alter? Was soll ich noch mitnehmen? Mal schauen, was das für ein Gegens ist. Schau mal da hinten, weil nix gut RTI hat. Kenne ich. Schau da hinten. Bildschirmein, ich sehst du diesen weißen Punkt, der da durchfliegt. Ja. Das ist mein Opa. Achso. Das ist ein Geisterbeweis. Aha. Luki, warte auf mich. Wir sind hier nicht allein, ich denke. Oh, ja, die Atmosphäre. Wie kann ich das benutzen? Oh ja. Da haben wir mit einem verfluchten Objekt, den Böck ist einer Nähe. Oh, ich habe irgendwas weiter hingelegt. Sieht ihr? Wo ist er so grün, Alter? Schaut aus wie ein Sternenprojektor. Ja, da siehst du den Geist da, wenn er da durchläuft. Ich renne da jetzt nur mit einem kurzen Fix an, mir ist das lustig. Ich komme her. Was? Was ist? Da, 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 da. Hebe das mal mit 4 auf. Warum ich? Oder mit Y. Warum ich? Damit ich vielleicht der erste hinige bin. Nein, das ist Knochen, das kommt in deinen Schadkosten rein. Ich glaube, sie nimmt Knochen mit, Alter. Nein, das kannst du einfach aufheben. Hebe es einfach auf. Aber statt was? Nichts, das kannst du einfach so aufheben. Achso. Dankeschön. Ja. Geil, jetzt habe ich eine neue Wirbelsäule, falls alles schief geht, falls man das Kreuz auserreißt. Nein, Alter, da hat er schon damals ausgeschaut, der Geist, Alter. Bist du wer nicht versteckt? Charlie Chaplin vor allem. Das Spiel. Roger, Roger. Ich bin alleine draußen, Roger. Hörtt. Ich mag's so wenig mit der Spieluhr spielen, heißt's? Im Garten ist alles safe. Achso, ihr seid jetzt nicht da. Ich muss gerade in den Hosen die Schauen, ob ich auf dem Schäuern gehst. Der Luke hat sich in den Hosen geschießen, Roger. Gib mir mal das Lila für eine Leichtingsbombs. Und das... Ja genau. Du Scruzifix, platzier das am Boden bitte. Gib mir schnell das Lilo in den Leichtingsbums. Loki, dreh dich bissel auf die Seitenstrecke noch was raus. Roger. Was soll ich geben? Gras. Gras. Danke. Ich verregel's Erste. Spiritus anti, Loki. Geheiligt werde dir der Name. Geh jetzt noch mal ein bissel weg, bitte. Wo ist es bitte? Der ist so ein Idiot. Wir haben ihn gebeten, Roger. Was soll's verrecken, die Alte? Kann ich schneller gehen auch? Schauen wir es sich von außen an. Wie bei dem, wie bei Big Brother, einer. Bewohner. Komm, entspricht Zimmer 2. Wo gehst du so angeschissen? Mit deiner Freundin stimmt irgendwas nicht, Loki. Sie verhält sich komisch, Loki, Roger. Ich glaube, er hat Geisterraum gewechselt. Ich glaube nicht. Roger. Pass auf! Hinter dir, Julian! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ich klasse mein Kreuz nicht aus, gell, Loki. Jetzt kann ich noch irgendwas nehmen. Was soll ich noch nehmen? Haben wir Salz oder so? Salz haben wir schon am Boden. Na schön, dass er am Boden ist. Ich brauch's für mich. Schreib ihm auf. Falls ich sterbe, dann soll's für einen guten Grund sein. Sag meinen Kindern, ich bin stolz auf sie. Das nehm ich mit. Warte. Ja, wollen wir helfen auch, oder? Wie schauen wir aus? Roger. Wo fahre ich in Narnbeck? Äh, wie heißt denn der? Louis Hainer. Lass mich vorher verstecken. Crystal. Crystal Lake. Freddy Krueger. Leiter Face. че Sentinel. Zwisch wie Korin! Mechel Cheatsen. Wo geht's jetzt auch außer? Wo geht's außer? Wo geht's außer? Meleike kommenos! Mei' leille ich expected! Nein, nicht im Keller! Da gefällt es mir eh fast besser. Viel schier, weil es der Lucky ist, nicht. Ein Foto vom Böcki, vom Toten, der auch jetzt ein bissel... Jetzt komm ich als Geist wieder, weil der Wichser war, das ist mir. Oh lecker, jetzt schau ich es mir von außen an. Aber es hat schon ehrenlos, dass sie mich da einfach reinschicken, ohne irgendwas. Das ist halt schon arg. Die schicken mich da einfach rein, die wollten richtig, dass ich verregt. Das ist halt wirklich schnitzig. Gott sei Dank ist das nur die Testversion und nicht die Vollversion für 20 Euro, Leute. Weil dann hätte ich denen schon gefragt, ob sie mich verarschen wollen. 20 Euro für das, die mich da und den Tod schicken. Aber ich sag ehrlich, das Spiel ist ehrlich harmlos. Ich glaub da gibt es ja noch irgend so ein anderes Spiel, was viel Ärger ist als Fasmo. Da ist halt immer dasselbe, du siehst immer nur, wenn du gefasst wirst, so diese Hände. Da bin ich, Alter. Da bin ich, Alter. Spürt ihr meine AURA! Oder auf einmal bin ich größer. Ich weiß es nicht. Ich bin in dir jetzt. Da redet da irgendwas neben mir, ich weiß nicht wo, der Hund nuschelt voll. Ich nuschel nicht. Der ist im Keller. Ja. Der Demon ist in mir. Ja ja, der Böcke ist im Keller. Akzeptier's. Akzeptier's. Ich beobachte dich jetzt jeden Tag beim Schlafen. Ich habe Probleme, damit kann ich leben. Hörst du mich? Ja sicher höre ich dich. Okay. War eh alles verspannt. Bin ich ein friedlicher Geist. Mhm. Lass die Räucherstäbchen bitte dort wo sie sind. Okay. Okay. Der Böcke, der Hund lässt. Die Steckhunde neben mir. Okay. Ich weiß was du letzten Sommer getan hast. Ich bin der österreichische Geist, Euler. Ich bin der österreichische Huibu. Der Wappler. Lauf nicht weg von mir. Akzeptier's. Rede mit mir. Du kommst nicht weg. Ha ha ha. Oh ja, da. Sagst du so? Du musst doch nicht gleich knien vor mir. Ich komm raus und lass dichs mischt. Der Luki schaut aus wirklich. Dass den der Geist nicht will ist mir kein Wunder. Es ist ein anderer ja. Ich habe auch gesagt Minus, 1,8. Da f*** dich der Minus, Alter. Ich komm mit, Alter. Ah, wenn ich schon tot bin. Ich bin da. Ich schaue, der Böcke nicht tot. Dann wird mir stehen kommen, der im Geist während einer Jagd. Eigentlich müssen wir Fotos machen. Ich komm aber mit mit euch. Soll ich die das machen? Hast du Kerze? Ich bleib immer bei dir. Ich versteck mich in deine riesengroßen Nasenlöcher. Für immer und ewig. Nimm da mal ein Räucherstäbchen mit. Räucherstäbchen, dann bin ich weg. Ich mach für euch gar nichts. Ihr habt mich in den Stich gelassen, Alter Wichser. Ich hab ihm wirklich in den Stich gelassen. Ich hab ein Räucherstäbchen mitgehabt. Ich hätte ihm helfen können, aber ich hab's halt da. Ich weiß nicht, wie du gestorben, Alter. Ja, nur weil ich schwarz bin, Alter. Nur weil ich schwarz bin. Ich wollte es nicht sagen, aber wir haben auch einen schwarzen im Team. Normalerweise. Der stirbt auch immer als erstes. Ich bin aber wirklich schwarz. Damit meine ich wirklich mich selber. Ich habe einen schwarzen Charakter. Ich sterbe immer zuerst. Ja, der hat auch einen schwarzen Charakter. Nimmst du mal die Kerzen aus? Ihr habt Redheads. Die wollen keiner. Ah, Elotrix und Seamus. Na. Na wurscht haben wir den immer, Alter. Kann ich die irgendwie ficken, Alter? Ich will denen das Klack umdrehen. Candy. Ups. Candy Dough. Candy Dough. Kevin, bitte. Sprich zu mir. Der Böcki hat da wirklich gefallen. Ja. Schleck einmal. Schleck einmal. Schleck einmal. Schleck einmal. Kevin Wittek. Kevin mit K wie Eurospar. Sprich zu mir. Ich habe ein Rappi-Trikot für dich. Kevin Wittek. Wittek mit K. Ey, yo. Ich sehe einen Geist. Der will ficken. Haha. Ich mache die Tür zu, aber dann kann ich die irgendwie ficken. Ich will die Tür zumachen. Komm. Komm her, Fridolin. Komm. Geht schon, Alter. Jawohl, Alter. Gib ihm. Gib ihm. Geh ihm. Ja, geh raus. Ah, Alter. Was ist denn? So ein Scheißgeister. Der kann nix. Digga voll zart für mich jetzt. Was machen wir heute noch so? Ein bisschen snappen währenddessen. Ja. Warum? Ich glaube, ich soll euch noch helfen. Vielleicht muss ich den Geist noch ausführen. Nein, du musst nicht. Willst du Geld haben oder nicht? Ja, okay. Dann hast du mich überzeugt. Warum machen wir es? Dann gehst oft Schatz und Gefriertemperatur. Das ist der Onryo. Genau, der Onryo. Und dann drickst du auch noch mal drauf, damit der einmal umkreist ist. Einmal umkreist? Ja, hab ich. Ja, passt. Hab ich nicht. Na Spaß. Ich den Luca gehört nicht wir. Schaut. Wollt. Was macht er? Macht einen Halim Shake. Er ist besessen. Die Dreckser. Ja, war eh nicht schlecht. Ich sage ehrlich, ne? Wollt. Ich bin in dir. Aber wirklich wahr. Die Fotos sollen eigentlich nicht passieren. Ich bin in dir. Wollt. Ich bin in dir. Wollt. Er ist besessen. Treib' am raus. Treib' am raus. Treib' am raus. Vorsicht. Bevor wir gehen, muss ich dir was zeigen, Böcki. Hoffentlich nicht ein Spatzl, Leute. Wenn du unten auch so rotte Haare hast wie am Schädel, dann bin ich aber wirklich erschreckt diesmal. Das erste Mal entfassen, Leute. Soll ich dich schustern, oder was ist? Oder was willst du jetzt? Für was? Ich hab gefragt, bist du bereit? Hä? Bist du bereit? Ja. Alter. Papa. Bist du bereit? Ja. Alter, wie kann ich das machen? Das kann ich nicht. Wie passiert? Du hörst dich an wie mein Magen, Alter, wenn ich zwei Stunden nichts gegessen habe, Alter. Was ist mit dir was? Ja, okay. Da kommt jetzt deine normale Stimme noch mehr rüber wie eine Mickey Mouse Stimme, Alter. Reden Sie wieder normal? Diese Differenz? Was ist mit dir vielleicht? Haha. Noch nie, ich hab ja so sist in passen können Ahahah Da hast du noch nie Haha. Ich hab mich alleine alleine. Ich hab mich alleine alleine in mir. Ich hab mich alleine in mir nicht aus, sucht auf die Internet. Oh. Ja, das ist mir wirklich besser. Oder? Was sagst du dazu? Geiler. Geil. Steppert. Ja. War eigentlich ganz geil, ich sag ehrlich. War wirklich ganz geil. Hat mir echt gehaugt. Ja. 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 Ja.